hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video zusammen mit Flint Hallo, ich bin gerade runtergefallen. Ja, habe ich gesehen. Wir haben einfach schon ein bisschen weiter gemacht, wie ihr seht. Nach dem Jump Tower kann ich euch mal kurz zeigen, haben wir hier noch ein bisschen was hingebaut, dies und das. Genau, da hat man hier noch einen kleinen Dropper, wo man runterfällt. Wir werden mal zeigen, genau, da muss man den Knopf drücken, dann geht die Pistentür auf, die schon offen ist, weil ich den nicht gesettet habe. Dann hat man hier ein paar kleine Eissprünge, hier ist der Finalraum mit den letzten Sprüngen, dann landet man hier oben. Flint wird dann hier unten rumlaufen. Ich kriege gerade Aggression. Ich mache schon mal deinen Part hier. So, wir machen jetzt das Ziel. In dem neunten Part machen wir den Final Boss und im zehnten spielen wir alles durch. Alles. Ja. Och nee, das wird dann anstrengend. Ja, genau. Ja, ich habe es geschafft, ich hatte es geschafft. Ich muss dann nur direkt Shift-Taste drücken. Shift. Beschleunigen. Flint wird einfach... Ja. Okay. Firechance wird komplett. Also Flint, du wirst einfach schön in diesen Raum hier... Äh, wo kommt man... Ah, da kommt man bei dir raus. Ja, ich spiele mit Shader übrigens. Ach, schön blendend. Was ich sehen wollte, welchen ich habe? Ich weiß, welchen du hast. Den Sildur's Vibrant Blubdi Blub. Ja. Hatte den Sildur's Vibrant Shaders V1262 Light. Verraten und richtig. Du musst einfach gleich den Gang etwas designen, ja? Warte, nee, ich habe die Idee, wir machen den Gang aus Eis. Dann läufst du schneller. Aus Eis. Oh, nee, wir machen High-Speed Gang. Weißt du, welch ich meine? Du hast dann hier blaues Eis. Und da drüber direkt die Decke. Und wenn du dann Sprint-Taste gedrückt hältst... Ja, die Sprint-Taste, sondern hier. Weil das ist ein bisschen sehr weit. Aua. Hat gut funktioniert. Muss da runter, doll. Du brauchst eigentlich nur eine Seite machen. Und die dann nacheinander hinstecken, ne? Entspannen. Bitte atme sie ein und wieder aus. Bitte atme sie ein und nicht mehr aus. Ich atme die ganze Zeit nicht aus. Ja, wenn du sprichst, atmest du aus. Ja, aber dann ist es ja noch schwer. Man springt runter und kann nicht mehr zurück. Also, ist... So, das Ziel ist, wie gesagt, hier unten. Und dann trifft man sich später da unten. Und dann... Ja. Genau, dann läuft der hier lang. Du kannst den anderen noch zuschauen. Ja. Dann geht es hier noch weiter. Hier ist dann der Ausgang für den. mit der Person, wo sie sich dann beide wieder treffen. Genau. Das hier machen wir bitte wieder... Äh... Weiß nicht, warum das hier auch offen ist. So. So. Kranalmusik mache ich jetzt an. Dann ist eins nicht mehr... Dings. Ich habe Tone aus, also. Riese. Was? Ich mache jetzt was richtig... Woll, brauche ich das? Ja, brauche ich. So, der Orang springt dann auch mit hier runter. Zu seinem Kumpel hier hin. Hier machen wir dann einfach so einen kleinen Holzbereich. Mit dem Ziel. Weil uns fällt einfach nicht mehr ein. Könnt ihr noch was in die Kommentare schreiben? Dann kann man den Teil hier einfach abtrennen. Und dann das, was man weiterbauen möchte, einfach dran bauen. Warte, da muss ich den hinbauen. Ja, da. Oh, das ist viel zu eintölig. Oh, Akazien, Akazien auf. Fichte sieht sehr scheiße aus, aber das nehmen wir einfach. Ach, egal. Du hattest mich nach... Junge, hör auf jetzt damit, das... Copyright? Ne, nicht Copyright, das ist einfach nervig. Wunderschön. Toll, guck mal, was ich gebaut hab. Ne, das braucht er nicht. Der orange Typ kann auch nochmal hier durchgehen, aber bringt eh nichts, weil hier geht's ja nicht mehr weiter. Ja, genial. Bei mir ist gerade alles dunkel und das ist nicht genial, denn ich sehe gar nichts. Hier oben war irgendwo der Ausgang, ne? Ja. Irgendwo war der. Musst den nur noch wiederfinden. Das sieht man ja nicht mehr. Wenn das jetzt richtig... Jetzt machen wir hier noch richtige Treppen, Ben. Also Treppen... Das sind keine richtigen Treppen, wenn ich voll... Eeeeee... Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich versuche einfach nur irgendein schönes Design zu finden. Wo es dann einfach plötzlich erbrucht aufhört und du in dein Verderben stürzt. Hauptsache irgendwas. Was ist das hier? Du gehst hier so... Da müssen jetzt überall Lampen hin. Verschrecklichste Design aller Zeiten. Steig. Digga! Ne, lass doch mal so Lücken. Wenn du da runterhüpfst, gehst dann machst du so... Also alles, was hier zu grün ist, Katzen... Beleuchten ist blöd. Ich hatte es gedacht und du hattest es gesagt. Warte mal, ich will gucken, ob man hier so schnell den Heiß-Wieber-Dings machen kann. Guckst du hier hin, da... Na, ne, warte. Geht der gar nicht? Bin ich halt irgendwie dumm? Hä, doch. Du bist nur geflogen. Ah ja. Slash GM0. Ach, bestimmt geht das irgendwie. Wir sind wahrscheinlich jetzt... Also, Thomas, einfach... Guck mal, du machst einfach auch mit die Treppe einfach zumachen, ne? Du musst einfach mal Treppe einfach zumachen, ja. Okay, ja. Und ich kann nämlich dann hier oben... Das Ding hier... Das sollte halt nämlich nicht. Das heißt, ich muss... Aber wenn ich das da reinbaue, dann... Ach, man... Man steht vor so vielen Problemen in der Menschheit, ne? Ich will das Ziel heute noch fertig kriegen. Das Ziel kann man auch nur zu zweit aktivieren. Also, falls einer rausgeht, bist du... Lost. Ja, dann bist du festgehangen. Dann bist du... Dann wirst du erhangen. Warte, was? Dann wirst du einfach erhangen. Da kenne ich keine Gnade. Ja. Somit ist das Video nicht mehr für Kinder unter 18 Jahren geeignet. So, der Typ von Orange springt einfach mit hier runter, genau. So, jetzt baue ich hier einfach mein geilstes Ei... Naja, Eigen... Eigentor. Du baust dein geilstes Eigentor. Wir machen das Ziel so, dass man ein Endgate braucht. Endgate von Endgame, verstehst du? Ja. Der war so schlecht. Der war absolut scheiße. So, das heißt, dann schaltet der... Die Klock an... Die Klock, die klockt. Wow. Und da habe ich mir gerade den Knie... Den... Man merkt schon, dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Da merkt man, wie sehr man die Schule braucht. Da habe ich mir einfach den Knie gestoßen, weißt du? Scheiße, ja, das ist aber voll umständlich. Na klar ist das umständlich. Ist alles umständlich auf der Welt. In the world ist alles umständlich. In the world, keep it true. Wir haben hier einmal eine Druckplatte. Und der hier einmal eine Druckplatte. Die... ...hauert. Warte, sobald man über diese Druckplatten geht, wird das Spiel automatisch resettet. So, machen wir das. Dann tut er das da hin. Das hier hin. Siehst, wir schließen das an die Resetline an. Warte, macht er da ein Signal durch? Gut, man kann so oft resetten, wie man möchte, rein theoretisch, ne? Man braucht nur einen Reset für den Reset. Der kommt vom Start, der zum Glück... Die Klock geht an. Und dann sendet die Klock ein Signal. Die Klock ein Signal. Wieso geht das nach da runter? Keine Ahnung. So. Digga. Ja, und dann passt das, passt dann. Genießt der Reich. So, das macht dann irgendwas, das... Äh, der Reset schließt sich dann später noch an. Jetzt aber grad nicht. Weil wir jetzt hier nämlich einmal unser Tor machen. Was als Ziellinie gilt. Ach, weil der zu schnell flackert, ne? Ja. Der flackert zu schnell. Mann. Ich brauch weißen Beton. Dann mach ich da jetzt einen Tick rein. Dann sollte der eigentlich... Oh, weil weißer Beton sieht scheiße aus. Warte. Wir haben ja hier das Reset-Signal. So. Das ist ja alles aus. Irgendwie. Habe ich das jetzt geschafft. So, und dann... Das ist zu lang. Oh, mit schwarzem Beton zu bauen, ist ja so eine angenehme Sache. Ich weiß. Weil du das halt nicht siehst. Stell dir mal vor, du baust mit schwarzem Beton, ähm... ...en ganzen Raum mit Fisch-Dampenbarn zu weisen, wo du hinspringen musst. Ja. Dann... Dann bin ich raus. Dann... Dann musst du ausprobieren und dir das aufmalen auf dem Papier wahrscheinlich wo du hinspringen musst. Kann sein. So. Oh. Oh, das leckt hier hinten gar nicht bei dir. Aber dieses... Wo leckt denn bei mir was? Oh, das ist schön. Wie viel FPS habe ich? Konstante 60. 59. Bei irgendeinem Versuch hatte ich bei euch mal hier... Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe flüssige 60. Na, jetzt habe ich... Oh, aber eben gerade nicht. Gott. Ah. So. Da kommt dann jetzt wieder dieser... Dingshaken. Wie heißt der Haken? Einfach Haken. Wow, da kommt jetzt der Dingshaken. Wie heißt der Haken? Ja, der heißt echt einfach nur Haken. Ja. Ja, das hätten sie auch irgendwie anders mal nennen können. So. Wenn der, dann drückt der... Wunderbar. Das Ding ist nämlich zu. Erflet, kommst du mal her und stell dich bei der Betracht auf die andere Druckplatte? Bitte gleich. Danke. Puh, dann nehme ich einfach wieder meinen Freund den Kripper. Eins, zwei, drei, vier... Ach ja, ich bin auch dumm. Ich habe es dann nicht mal angeschlossen. Ah, lol. Ah, weißt du, was das Problem ist? Stell dir mal vor. Die Leute machen jetzt hier gerade am Ziel, ne? Haben das Ziel gerade durchquert und dann kommt jetzt irgendwelche von unten und drücken auf Start und dann geht es dann hinter dem wieder zu. Das heißt, ich sollte schon... Oh, das ist das schön, Alter, dass das funktioniert. Oh Gott. Der ist einfach tot. Naja. So, machen wir jetzt einfach hier einen kleinen Pisten hin. Mit einem... ...den hier, der... ...wiederum... Star Trek, Picard, müsst ihr euch unbedingt angucken. Keine Schleichwerbung. Was für ein Ding ist? Star Trek, Picard. Oh Gott, Star Trek, Hilfe. Nein, das ist... ...also mein Papa, der guckt das, ist voll so ein Star Trek Fantasy-Fan. Äh... Mal jeder, der sein, ne? Äh? Jeder, der sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, v criticized. Oh, genau, 15, Alter. Ich doch mal wot. Bin ich gerade irgendwie... Hier muss der hin. Noch einer. ihr müsst alle gleich auf nein da ist eine lücke ja scheiße die kann ich von hier nicht zu machen ich habe es doch mal was ist das denn hier so soweit es nämlich an ist blockiert er das signal davon ja doch richtig gedacht ich kann natürlich aus richtig viel langeweile das machen ja was ist das denn der kostete stelle ich stelle dich auf das 6 drauf auf die andere tuchplatte wow wir haben es geschafft so eine unnötig komplizierte Technik aber da habe ich noch was für die Ziellinie damit das nur klar ich werde den Pisten dann später einfach da noch mit anschließen was ist das für eine Treppe auf einmal geht das da so schwupps ja klar du sollst ja auch nicht mehr hochkommen du sollst ja nicht mehr umdrehen dürfen ja aber was bringt das äh spaß guck mal ich habe was gemacht was richtig cool ist ja kann ich mir gleich alles anschauen wir haben nämlich schon 16 minuten auf der uhr ich weiß dass sie noch fertig kriegen ähm ach ich war schneller als das erste blink signal das ist so ein dann kriegst du ja herzen abgezogen das ist ja voll ne 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 meine kunden genau meine kunden naja meine kunden ich bin dann echt so ein Geschäftsinhaber Teppich 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 da kommt dann eins zwei drei oder kommt da so so und dann so 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 Digga was ist das denn hier für ein Raum ach da kann ich bei dir zugucken aha genau dann gehst du weiter so guck mal und wenn ich dann fertig bin kann ich von dir oben runter gesprungen wuhu und was kommt von der seite hier wirst du gleich sehen bitte nichts anfassen aha 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 ich will aber noch eine Animation da reinbauen weil sonst ist das doof mit Animation das muss du kannst hier wie Peter verstehen wie du lustig wirst warte ist das denn hier eine gerade Zahl überhaupt ach ich baue hier nur einmal so ach die wird gar nicht da durch äh drei ach ne weißt du ich weiß was vorne da wo der weiße Block jetzt dann hat hier ich weiß es nicht oder eins drei ja der da ist Mitte eins zwei drei von dem weg eins zwei drei von dem weg das heißt es ist orange es ist grün genau das grün war ich ich oder es ist du 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 auf es ist du nicht du 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 1 2 und schon habe ich mich verbaut ja, wollte gerade sagen einmal kurz so resetten keine clock bauen sondern so rum das ist soweit, aber egal so, Finn steh mal bitte auf die Druckplatte warte, ich baue noch hier schnell die kleinen Sachen zu Ende so wow ja juhu wunderbar das heißt, hier hinten geht es einfach weiter wir müssen das vierte Ticket noch verstecken das habe ich ja gesagt, mache ich bei mir hin das ist komplett unauffällig ich bestelle mir einfach hinten in die Ecke ganz unauffällig, ey also auf das kommt auf das genau auf das kommt keiner ja, das Problem wird einfach nur sein später wieder wir wissen, wenn sie aufgesammelt wurden müssten wir sie durch ein Dingsystem laufen lassen und dann alle einzeln verteilen egal, das dauert doch drei ja, deswegen so, darauf kommen jetzt Wolle kann aber auch ein beliebiger Block sein dann ich sag mir mal kurz alle raus, ey ich benutze die gleich für die feine Posttür noch Dinger 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 Staub, wobei der Zweier Staub, der war oh, das wurde doch gar nicht gesettet dauerhaft Dings, ne bepowert deine Technik hier unten die wird dauerhaft ich weiß erst wenn ich sie besette dann nicht mehr ok, dann muss ich einmal kurz weißt du, wo wir den Zweier ah, die Zweier Staub hatten wir so, das heißt genau kurzen Impulsgeber was einmal hier den Einser Staub wissen wir ja wohl Alter, wo der ist echt? wirklich? ich weiß es nicht mehr doch, ich weiß es natürlich so das heißt, das Ziel haben wir eigentlich auch fast fertig so das machst du ne, das leckt doch viel zu viel was? das leckt doch nicht da kommt ein kurzen Impuls raus und dann ist dann nur so ne nur so ne Frage von wo steuerst du den ersten an? ach, von da unten mach hier doch ne Lampe hin guck mal mach einfach den hier und den ja genau lass mich das mal machen ich weiß schon was hier ich machen werde da kommt dann kurz kurzer Impuls, Alter, der ist fünf Ticks lang kurzer Impuls, fünf Ticks ich will jetzt mal kurz geh du nochmal auf deine, äh, die Dingens das ist Reset? geh auf die Druckplatte warte, das ist jetzt Reset, ne? ja, jetzt geht die Druckplatte warte nein, nicht warte wir haben keine Zeit doch, wir haben Zeit wir haben Zeit bis zum geht nicht mehr ne, ich hab kein jung, was brauchst du jetzt denn wieder um? so fertig geh drauf ach, weil der beim Ausmachen nur ein Signal macht hä? deswegen hab ich keine Ahnung, was hast du da gemacht? der macht einen ganz kurzen Impuls das ist doch scheißegal du brauchst doch nur einen Impuls das ist ja, ne? ich wollte eigentlich noch eine Glock hinbauen aber ne, keine Glock das reicht so, jetzt nochmal ich resette eben ich bin über dem Ziel drüber aber man kann drüber hüpfen, ne? ja, das war darum können wir hier noch ja wir können natürlich hier ein bisschen Verzögerung reinballern dann kommt die Anibation etwas später ja nochmal geh drauf, jetzt ja ja, ich muss hier ich hab mich da unten irgendwie verkantet und jetzt geht durch und dann ja so perfekt also Leute das war's für dieses Video ja wo sind die Reset-Line? ne, grad nirgends komm einfach hier ok warte, kurz mach einmal na, geh mal aus dem Bild das ist für das Thumbnail warte so, komm her na, gut so so, danke fürs Zuschauen so, tschüss 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 und ciao von meiner Seite bis zum nächsten Video tschüss 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 tschüss